Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSL Ultime Next Gen Scheiße mit Lockdown Zota und Wolfi. Wolfi! Diesmal ohne Unterbrechung. Wolfi mit Wolf. Moment. Stimmt, Wolf hat jetzt Wolf, ja. Wo ist er denn? Die ist jetzt während der Aufnahmepause gerade zurückgekommen. Zurück zu ihrem Grab gekommen? Ne, jetzt ist er jetzt zurückgekommen. Achso. Wolfi mit Wolf. Ja, den haben wir gleich mal verarzt müssen, weil dem ging es nicht so gut. Okay, ihm geht es immer noch nicht perfekt, aber... Wolf. Weiß was vorher. Du brauchst doch einen Namecheck. Ja. Deswegen stelle ich gerade Schleim her. Wir haben doch schon noch Schleim. Ja, ja. Deswegen stelle ich gerade Schleim her. Als EMC wurde er dazwischen gespeichert. Okay. Ja. Ich denke doch mit. Oh, ich habe schon mehr wie ein Fool. Das ist ja cool. Kann ich damit was machen? Ein Kleinstar. Ich glaube, ich brauche das andere. Oh, mein Gott. Ich habe... Oh, Gott. Das ist... Ja. Ich habe viele Stacks Slime gerade. Scheiße. Ja. 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 Also ein Stacks Slime ist auch schon mal da. Mhm. Okay. Schleim. Hm. Ciao. nochmal. Ach, er braucht keinen Ofen. Na gut. Na denn. So. Jetzt würde ich gerne die ME-Test umstellen. Aber erst wenn der Dia fertig ist. Das heißt, seine Maschine muss jetzt aber auch woanders hin. Wo kriegt der überhaupt seinen Strom hier? Extruder. Magic. Der braucht keinen Strom. Der braucht keinen Strom. Kann man die Lava da wieder mit dem Eimer rausholen? So, Entschuldigung. Nein. Nein. Das ist Softdog. Ich stelle ihn mal kurz auf Opsi. Hä, was wirst du denn machen? Die Lava aufbrauchen, dass sie nicht wenigstens verschwendet wird, ja. Warum verschwendet ihr meine Lava? Damit ich den Extruder hier umstellen kann. Warum tust du solche Dinge? So, Wasser. Ach so, Wasser hätte ich schon mal. Jetzt brauche ich noch Lava. Lava, kein Scheiß. Und auf Koppel ist er schon gestellt. Wunderbar. Loks, ich würde gerne einen Antrag stellen. Oh, oh. Warte, ich brauche nichts. Auf mehr Energy Conduits. Ich brauche für meinen DNA-Gedöns mehr Platz. Oh, danke schön. Die haben einen MC-Wert, oder? Haben die? Ja. Weil du wirst wahrscheinlich hier ein Ding bauen. Wahrscheinlich deine... Ich würde schon dein Ding bauen, dann würde ich irgendwie auf die andere Seite irgendwie gehen. Also das Einzige, was ich jetzt erstmal brauche, sind die zwei. Mehr brauche ich erstmal nicht. Äh, machst du bitte einmal ein Posalting Iron? Also mit einer Enderperle und einem Eisen? Kannst du das tun? Äh, gib mir eine Enderperle, dann mache ich dir das. Ja, warte, ich muss ähm... Erstmal... Ja, das ist schwierig. Wo ist meine Spitzhacke hin? Wo ist meine Spitzhacke hin? Weiß nicht. Was ist denn jetzt hier los? Das fängt dir das Lecken an, oder? Nein, 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 das nicht. Ich verliere sehr oft meine Dinge, aber das Problem ist, wohin? Warte, hier da ein Diamant, den du gewartet hast. Ach, da ist sie. Oh! Hä? Nein, auf den habe ich nicht gewartet. Egal. Ich weiß jetzt, dass du die Hälfte eingesammelt. Ja, fuck. Das stelle ich jetzt mal wieder hin. So, warte. Hier der Ding. Ja, noch nicht aufbrauchen, bitte. Danke. Das da... Ja, ich gebe dir das, was ich äh... Das da... Das da... Das da... Äh, das da war da drin. Das war da drin. Das war da drin. Das war da drin. Okay. Das ist das Problem. Okay. Das ist dann Copper. Ja, ja. Okay. Das ist doppelt. Copper und... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was jetzt noch fehlt. Ne, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Was hast du denn noch? Warte, lass mich schnell reingucken. Ne, sieht eigentlich... Glouston, Dust, Redstone. Okay. Dann klaue ich mir schnell die Perlen und dann mache ich dir das... Call setting iron. Ne, damit kannst du die besseren Conduits machen. Ja, ich weiß. Ja, du hast so einen Aloysmelter. Darum habe ich gesagt, ich mache dir die jetzt schnell. Wieso mir? Du brauchst sie. Nicht ich. Und... What the fuck ist da hinten los? Wieso ist da Sulfur drin? Brauchen wir Sulfur? Naja. Okay. Doch, später, ja. Das ähm, ähm, ähm... Enderium. Ich finde, du nervst. Bin ich. Ah. Bin ich. Nervt gerade ein bisschen. Halt scheiße ist das Glas drin, ja. Äh... Ach, da hast du Ding. Das hat gekonnt. Mal viel. Wo ist dein Hund? Ähm... Ich bin noch ein bisschen Fleisch für ihn. Wo ist dein Hund? Bist du schon aufgepüppelt? Äh, du meinst nicht das Pulsatic Iron Sota. Und die? Da? Ach? Nein, du meinst Walburnt Alloy. Für die großen Energy Conduits. Dankeschön. Dankeschön. Ja, oder halt das. Ist doch wurscht. Ich schmeiß hier noch Rottenflash hier rein. Das Pulsatic Iron brauchen wir trotzdem. Das brauchst du für... Für die, äh, Travel Anchor. Ich will ja nur erstmal ein In gibt, dass ich das speichern kann, weil soweit ich weiß, hat das nämlich auch einen Wert. Sogar die Travel Anchor haben einen Wert. Also sollte das Pulsatic Iron... Ja, hat's auch einen Wert. Ich brauche noch mehr Perlen. Noch mehr Perlen? Äh, ne, das müsste erstmal reichen. Hm. So, ich habe hier einen Pulsatic Iron für die Kiste für dich. Hm. Ich wollte noch irgendeinen anderen Generator. Ich glaube, der Produziert zu wenig. So. Jetzt wollte ich das andere nämlich machen. So, dafür brauchen wir Gold, Glowstone, Redstone. 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 Tum. 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 Ah, genau. Gold. Tum. 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 Und da rein. Ach, Quatsch. Haben wir... Quatsch. Tum. 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 ним. Tum. 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 Mm. hier schon mal nicht ja auch nicht dass das da kommt hat schon bekommen während der bärenbüsche während der bärenbüsche und verlassen sich das gebiet warum schmeißt du so viel gold rein weil ich viel claustro und brauche okay ist gerade so ein bisschen ange so noch mehr da ich sehe nicht dann lass bitte mein möbius voll herstellen danke nicht so viel nicht so viel ja ein mobius hier drin hast du schon super perfekt jetzt stelle ich das nächste her ich denke ja auch mit nicht ich jetzt aber ich stelle ich nämlich das nächste her also das höchste eigentlich habe ich jetzt mal und aus dem der ich im ziel block die ab block also wenn sowieso beim falschen also ja alles noch drinnen gut auch in der wert oder du bist du fertig hier kommt das ist jetzt schon dark matter ok ja kann ich kurz sagt doch ich mache mit dem emc weiter ihr hört mir nicht zu müssen es doch bloß was einregen kann ich kurz so da im condenser ja doch ja mach war die ganze ich habe gerade nicht am kontensor das matter muss ich kraft ich brauche das jetzt noch mal ich brauche wird es dann und es regnet ich denke für eine tote spinne und es regnet trotzdem korrekt so ein toter creeper ich brauche ich auch und ist Das hätte ich auch blicken können. Und. Hallo? Letzter. Quatsch. Quatsch. Das. Genau, das passt. Du musst das da rein. Das ist auch richtig. Ich brauche wieder... Stein. Ich brauche es euch. Deine... Blub. Endsch-Konduits entpacken. Äh... Meine? Hä? Was? Deine Conduits. Friss. Äh... Ich werde die jetzt eh gleich umwandeln. Das stimmt eigentlich. Aber das ist alles, was ich gerade nicht so brauchen kann. Kann ich euch genauso gut reinschmeißen. Achso. Okay, dann passt das ja. So... Das brauche ich gerade nicht. 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 Vibrant Alloy. Bäh. Ja. So. Ladies. Ja. Jetzt habe ich noch einen Kondensor. Und zwar stelle ich den jetzt rein zu den Kisten. Da könnt ihr jetzt umwandeln wie euch beliebt. Ne, gar nicht. Die Kiste ist nicht hier. Ähm, dann stelle ich ihn da an die Wand. Und da können wir jetzt umwandeln wie uns beliebt. Genau. Und den lasse ich jetzt einfach laufen. Bitte danke. Na gut. Dann bräuchten wir für den einen erstmal Treibstoff. Ja. Das heißt ja auch umwandeln. Ah, das machen wir gut. Treibstoff. Show me. Ach, verdammt. Und mein Treibstoff. Wohlen was? Wie? Warum? Was darf ich Wohlen tun? Der ist jetzt zum Umwandeln. Den anderen jetzt nur zum Laufen lassen. Denn jetzt möchte ich gerne... Ach Quatsch. Nicht Diamanten, sondern Dark Meta herstellen lassen. Also der Alleinstehende ist jetzt für Trash. Für Trash. Zum Umwandeln. Was ihr halt gerade braucht. Gut. Moment. Der andere stellt jetzt mein Meta her. Das brauche ich. Und ihr nehmt das da zum Umwandeln. Äh. Frag nicht. Also. Hier du kriegst was zum Umwandeln. Hier du kriegst was zum Umwandeln. Bitteschön. Habt Spaß. Hä? Wieso habe ich jetzt drei Diamanten bekommen? Ja zum Umwandeln. Gut. Damit darf ich jetzt spielen oder wie? Richtig. Passe mit spielen. Weil der andere soll jetzt bitte laufen. Weil Dark Meta hat einen verdammt hohen Wert. Und wenn das jetzt jedes Mal unterbrochen wird... Kotze ich. Naja das machst du viel Dreck. Lass das lieber. Richtig. Ähm. Ah shit. Redstone. Ist da noch Redstone drin? Ja. Und ich geh jetzt was von Wert sammeln. Und das nimmt... Das hat sogar nicht im Ziel wert. Dauerts. Dauerts. Äh ne Rüssi wär vielleicht auch mal nicht schlecht. Ach wird überbewertet. Ich hab Angst vor Withercats. Ein bisschen. Ach die werden überbewertet. Gut. Der Hunger Wahnsinn. Nom 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 nom. Nom nom nom. So. Ember. Ember hat keinen Wert. Weil es beim Supplement hier ist so absurd. Das hat doch keinen Wert. Glocks kann ich oder? Ne ich bin grad noch dabei. Pfff. Ehm. Ah. Hier raus. Okay. Komm ich raus in einen Raum wo eine einzelne Fackel ist aber hä hä der Raum war zugebaut. Entspannt. So wegen der Treppe. Naja. Du hast eins. 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 Das fand ich jetzt interessiert. Ja. Ach. Das hat die Titel die hier ständig belegt sind. das funktioniert ja wohl der ist wahrscheinlich eher was Nein, nee, dann lass ich's lieber. Oh, ähm... Ja. Da ist Lava, ne? Noch ein bisschen tief. Zack, zack, zack. Den Scrapper kann ich euch gleich mal... Zombielain, wo bist du? Oh, Platsch hier im Pool. Hallo? Haben wir schon Enderium? Glaube nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Spätig bist du bekloppt. Was brauche ich denn davon? Egal, wir haben immer so viel. Da haben wir noch keinen Enderium, hallo? I don't know. Wir haben doch die Möglichkeiten jetzt dazu. Jetzt stresst du aber. Ja. Dann werden wir jetzt die Folge. So, tschüss. Na gut. Tschau. Tschüss.